Zukunft zu planen ist komplex. Die Realisierung von Photovoltaikanlagen bestimmen viele Faktoren. Wind, Schnee, Dachneigung und Sonneneinstrahlung. Solar Pro Tool vereinfacht die Zukunft radikal. In der Planung, Berechnung und Ausführung. Vom Einfamilienhaus zur Gewerbeindustriehalle bis hin zu Solarparks. Verlässliche Projektdokumentation gemäß aller einzuhaltenden Normen und Standards. Solar Pro Tool. Einfach und effizient in einer einzigen Anwendung ohne zusätzliche Installationen. Sie starten. Ort und Zeitpunkt bestimmen Sie. Unabhängig von welchem Endgerät. Solar Pro Tool. Browser starten, einloggen, planen. Ihre Daten sind jederzeit verfügbar. Wenn sich Wege öffnen, wachsen Möglichkeiten. Definieren Sie Ihr Objekt. Die Basis. Vorhandene Pläne und Fotos. Oder Sie zeichnen das Projekt anhand von Google und Bing Satellitenbildern. Step by Step zum statisch berechneten Auslegungsplan. Einfach und effektiv. Realisieren Sie Ihre Ideen. Planungs- und Störparameter werden automatisiert berücksichtigt. Solar Pro Tool plant mit Sicherheit, umfassend, exakt nach Ihren Ideen und Projektvorgaben. Sie planen in einfachen Schritten das Projekt. Das Solar Pro Tool erzeugt automatisch ein statisch korrektes und ökonomisch optimiertes Gestellsystem. Sie haben die Ideen. Wir haben den Plan. Den Plan für die Montage oder Verschaltung. Den Projektbericht und eine umfassende Materialliste. Es gibt kein Ende. Es gibt Ideen und Verbindungen. Vom Projektbeginn über die Planung bis zur Abwicklung und Bestellung jedes einzelnen Teils. CRM, Shop oder ERP-Anbindung und Einkaufskorb. Einfach Verbindungen schaffen. Definieren Sie Planung neu. Bieten Sie Ihren Kundinnen und Kunden ein Instrument, mit dem Sie intuitiv und unkonventionell arbeiten können. Realisieren Sie Ideen. Leversoft Solar Pro Tool. Planung ohne Limits. 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 Planung ohne Limits.